Run, BRK! Run, Run, BRK! Hey! Der BRK ist für mich die beste Mannschaft. 100% Fußball. Das ist eine Strassefeierverein in Berlin. Den kenne ich schon seit mindestens 40 Jahren. Die Prosphäre ist einfach geil. Vor allen Dingen hier, Haupttribüne, man sitzt hinter am Dach, das schaltet alle dann schön laut. Also es ist schon wirklich was Besonderes. Ja, Cottbus. Und man braucht nur für Tabelle gucken. 21 Punkte sind mit 8 Punkten Vorsprung erster. Das wird eine harte Nuss. Aber vier Cottbus als Spieler haben leichte Probleme. Und dann haben wir vielleicht sogar die Chance, dass wir heute kommen. Quatschen vor? Ja! 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 Das war der knappe Spiel gewesen, was wir erwartet haben. Heute hätte es eigentlich auch anders aussehen können, denn es hätte eigentlich ohne uns die 0-0 oder ein 1-1. Hätte es block erheben können, wollen wir nicht diskutieren, aber jetzt sind sie da 1-0 entstanden. Wir brauchen uns nicht verstecken von eigentlich allen Mannschaften, die bis jetzt den Cottbus das Spiel haben, haben wir eigentlich die beste Leistung abgerufen.